Herzlich Willkommen aus der Waschbox von Technolit. Heute mit einem Neuprodukt, der Schaumgranate F. Für unsere Fans wie ihr, die die Schaumgranate alkalisch und sauber schon kennen, ist das eine Erweiterung. Schaumgranate F speziell für Fahrzeuge, PKW, LKW Bereich. Abgestimmt auf die Lacke und die Bedürfnisse. Ihr habt eine schnelle Reinigung ohne große mechanische Unterstützung, eine Pflege für den Lack und am Ende einen schönen Glanz. Das Ganze gepaart mit einem sehr stabilen, festen Schaum. Wenn es euch interessiert, schaut euch das Video an. Einfach abdampfen, Wasser pehrt ab, eine Trocknungshilfe ist enthalten und ich habe eine gute Reinigung, eine gute Pflege und vor allem eine sehr schöne Pflege- und Glanzaktivierung in einem Arbeitsgang. Das Ganze gepaart mit einem angenehmen Duft, auch wenn in engen Räumen gereinigt werden muss. Wie ihr seht, nach der Reinigung, ganz ohne mechanische Einwirkung, habe ich einen schönen Abpelleffekt, einen schönen Glanz im Lack, auch bei schwarzen Autos oder kritischen Lackfarben. So meine Freunde, wie ihr gesehen habt, ist die Reinigung wahnsinnig schnell, effektiv und pflegend. In Verbindung mit unserer Schaumkanone, der Schaumgranate F, habt ihr eine schnelle Schaumreinigung mit den ganzen Vorteilen wie langanhaltender Schaum, mechanische Hilfe und das Ganze effektiv und schnell. Wenn euch das gefallen hat, möchte ich euch noch den Tipp geben, schaut euch auch die Produkte Techno Shine und Insektu an. Die passen perfekt zur Ergänzung einer guten Fahrzeugreinigung und Pflege. Vielen Dank, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.